. Mann, das ist ein Troll-Clip, da kommen immer wieder dieselben Bilder. Noch eine Minute. Yay, das war's wert. Oh nein, Penny! Oh, hi. Ihr wart die ganze Nacht wach. Eure Augen sehen aus wie schlafe Austern. Ach, halb so wild. Da ist ja unser Ehrengast. Guck mal, ich hab dir ein Bild gemalt. Oh, danke. Was ist das? Ein sprechender Fuß. Oh, wie schön. Wir werden gegen vier aus dem Kino zurück sein. Kommt ihr so lange klar? Keine Sorge, ich pass auf sie auf. Danke, Gumball. Bis dann, Polly. Tschö. Ich glaube, wir werden uns ganz prima amüsieren. Ich weiß es nicht. Mit uns stimmt was nicht. Such mal im Internet nach unseren Symptomen. Ich glaube nicht, dass es uns weiterhilft, das Internet nach Schneemann-Überraschung aus Fleisch zu durchsuchen. Na, wo bist du? Dabei meinen Verstand zu verlieren, glaube ich... Halter! Wo ist Polly? 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 Polly! 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 Wir müssen sie finden! Oder wir verkleiden mich als Polly. Ihre Eltern nehmen mich mit zu ihnen. Ich werde Teil ihrer Familie und sie ziehen mich groß. 20 Jahre später. Herzlichen Glückwunsch, Pennys Schwester. Du wirst bald Mutter. Was? Dann ziehe ich mit meinem Ehemann Pompadour, einem Regenbogenfrosch, in die Vorstadt, wo wir ein paar Windmühlen bekommen und... Ja, wir müssen sie finden! Wollen wir nicht dein Taxi rufen? Ja, so können wir die Nachbarschaft bestimmt ein bisschen schneller absuchen. Okay. Polly! 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 Wir machen sie auf! Machen sie doch endlich auf! Hey, warum habt ihr mich aufgeweckt? Weil wir mit dem Autokopf über die Straße runterrutschen. Na toll! Bis gerade, wenn ich von nur einem tragischen Unfall ausgegangen. Was meinen Sie? Was ist hier eigentlich los? Schneidet seit neuestem... Meint... Teenie-Vlogger und... Leben, oder was? Ich meine, erst sind wir hier und im nächsten Moment... Und zwei Minuten später... Und dann bin ich plötzlich... Verstehst du? Nicht so ganz, aber anscheinend wird jedes Mal, wenn wir zwinkern, die Zeit vorgespult. Wir sollten unsere Augen nicht mehr schließen, bis wir Polly finden. Klingt sinnvoll. Ihr Taxi ist gleich da. Nein, lass uns! Was? Ich glaube, wir haben schon das, was wir wollten. Polly ist da drin? Ah! Wo ist sie? Viel wichtiger ist doch, was machen wir mit ihm? Aber Polly! Da liegt ein unschuldiges Raubopfer! Okay, okay, wir lassen es nach natürlichen Umständen aussehen. Was? Wie denn? Da! So! Sport ist doof? Ja, vielleicht doch nicht. Oh, ich weiß. Wir lassen es wie ein Unfall aussehen. Da! Ein Kanuunfall. Das glaubt uns keiner. Oh! Das funktioniert auch nicht! Was machen wir nur? Das funktioniert auch nicht! Was für im Moment? Das funktioniert auch nicht. Was für im Moment und tut!